Einen fetten Allgemeinen Gruß von mir eurem Marv. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Ründchen von Black Ops 2 Road to Skaff Master. Wir spielen ein Ründchen Fraktur hier auf der Map Fringe. Ich muss sagen, ich habe schon im Privat jetzt ein paar Runden gespielt, weil ich natürlich auch so ein bisschen Black Ops 3 spiele und dann auch den Skaff natürlich benutze. Und ich bin schon ein bisschen besser reingekommen. So. Ach, scheiße. Also ich hatte schon ein paar gute Runden damit jetzt. Und ja, heute habe ich mal auch einen anderen Propheten mit... Äh, was? Ich habe einen anderen Propheten mitgenommen. Bitte, was? Was hat das denn nun los? Ich habe einen anderen Propheten mitgenommen. Scheiße, Alter. Ich habe einen anderen Spezialisten mitgenommen. Diesmal Firebreak. Und... Alter. Und die Hitzewelle habe ich dabei. Mit der habe ich auch schon ein paar Runden jetzt gespielt in der Konstellation mit den Skaff. Und die hat auch schon ein paar Mal geholfen, wenn man so um die Ecke gesprungen kommt und dann die Hitzewelle anmacht. Da hat man schon einen wichtigen Vorteil. Nein, scheiße. Da kriegt er mich trotzdem noch. So, komm. Alter, da hätte er mich fast getötet. Aber Gott sei Dank nur Fress. So. Hier sind doch bestimmt welche im Haus drin, wa? Oh. Erstmal auf das eigene Team schießen. Ich glaube nicht, dass hier hinten irgendwie kein Gegner rumlungert. Okay, da hinten im Gang war einer. Oh. Eins. Hui. Tschub, tschub. Bam. Oh, oh. Hoppala. Da kam eine Kranauti. Oh. Okay, da wurde mit dem Dart getötet. Ah, scheiße. Ey, lass mich hier durch. Jawohl. Und dann killt er mich noch. Die Naturposition wurde verlegt. Ähm. Ähm. Jawohl. Und dann steht er da hinten mit einer Sniper, ey. Okay. Wolltest du es so haben? Dann könnt ihr es so haben. So nicht. So nicht. Ohne Nähe anziehen. Irgendwo da hinten lungert einer bei uns rum. No, der hat gerade Vorräte geklaut. Gut, das ist nicht meine Wahl. Dann hätte ich mich nicht aufgeregt, eventuell. Nein. Ach, komm. Mein Mann, feindliches Geschütz. Das ist nicht so cool. Da gucke ich mal, ob ich das zerstören kann. Wo ist es denn? Da. So. Tschüss. Komm. Jawohl. Da ist doch noch einer. Ja. Deswegen liebe ich Hitzewelle. Jawohl. Richtig hart abgecashed gerade. Der wird sich richtig aufgeregt haben. So, da haben wir noch einen. Noch 100 Punkte. 100 Punkte, ja. 100 Punkte, dann haben wir Geist. Okay, 85. Nein, 100, kommt ab von der Seite. Ist das ein Ernst? Ja, dafür darfst du aber nicht alles abliefern. Nur, das kann ich dir versprechen. Oh. Ja, manchmal schieße ich aus Versehen. Obwohl ich gar nicht schießen will. Was daran liegt, dass, äh, die Trigger und den Skaff ziemlich empfindlich sind. Nein, ich wollte gerade, äh, Hitzewelle zünden. Ah, Mann. Dann hätte ich die gekillt. Ey. So. Nope, Sir. Jawohl. Richtig hart. Abcashen. Mann, dann werde ich vom Raketenwerfer erschossen. Ich war schon wieder so kurz vor Hellstorm und, äh, Dingens. Da ist der nochmal, Geist. Komm. Aber wir führen auf jeden Fall ganz gut. Also, mehr als ganz gut. 63 zu 19. Ich denke, das kann man mal machen. Okay. Da gibt's ordentlich Punkte. Und dann von der Stolperfalle. Ernsthaft? Das kann nicht euer Ernst sein. Ach, fuck. Es war klar, dass er da sitzt. Aber leider habe ich ihn nicht gekriegt. Ja, wer sagt denn auch, dass wir Zweiter werden? 67 zu 30. Also, die müssen sich erstmal ein bisschen anstrengen. Flammeneinheit geräuchert. Wow. Jetzt blockier mich nicht. Oh, 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 oh. So, alle weg. Nice. Wo ist er hin? Lol. Das muss ich mir angucken. Boah, da war er natürlich voll drauf mit seiner scheiß Vespa. Da brüht ja auch die Hitzewelle nichts. Oh. Hater sind echt useful, muss man einfach mal so sagen, ne? Ta-da. Du kannst einfach schon fortschießen. Das ist einfach so. Du weißt genau, wo, wann der Gegner ist. In jeder einzelnen Millisekunde. Oh. Da hat er mir den Arsch gerettet. So, die beiden möchte ich hier noch abliefern. Oh, okay. Den. Oh, oh. Jawohl. Und ich beende das Spiel. Zack. Der Ruf ist unsere größte Waffe. Gute Arbeit. Mando, die Party ist vorbei. Benötige Neuzuweisung. 3.833 Abschlüsse habe ich mittlerweile auf meiner Karrieren. Lol. Er schlägt den echt. Da hätte er auch nochmal zuschlagen können. Also, bei dir hat alles lichterloh gebrandt heute. Oh, 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 oh. Oh, oh. Fast 4000 Punkte. Yeah. Gutes Spiel. Zack. Das ging raus an euch, liebe Zuschauer. Was macht der Rechte denn da, Alter? The fuck. 22,17. Na, okay. War jetzt nicht das Beste. Aber 22 Depots. Und damit... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich im nächsten Mal. Im nächsten Mal. Im nächsten Video. Tschüss.